Hallo, BlogDiag. Diagramme einfacher stellen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist hinlänglich bekannt. Und auch Diagramme können Zusammenhänge und Abläufe oft besser visualisieren als etliche Zahlentext. Eine einfache Möglichkeit, solche Diagramme zu generieren, bietet das Programmpaket BlogDiag. Programme zum Erstellen von Diagrammen gibt es in einer großen Vielzahl. Im Linux- und Open-Source-Bereich erfreuen sich zum Beispiel Dia und Flow einer gewissen Beliebtheit. Unter Windows ist das kommerzielle Visio verbreitet. Im Gegensatz zu diesen verfügt BlogDiag aber nicht über eine grafische Benutzeroberfläche. Vielmehr wird das Diagramm in einer einfachen Textdatei beschrieben und dann mithilfe des Programms eine entsprechende Grafik oder ein PDF erstellt. Der Diagrammgenerator ist übrigens in Python geschrieben, womit der Nutzer jedoch bei der Anwendung nicht in Berührung kommt. Die Geschwister von BlogDiag BlogDiag bezeichnet zum einen das Programm zur Erstellung von BlogDiagrammen an sich, ist aber gleichzeitig auch der übergeordnete Name für die anderen Diagrammgeneratoren, die zur Programmfamilie gehören. Dies sind SEQ-Diag zur Erstellung von Sequenzdiagrammen, ACT-Diag zur Erstellung von Swimlane-Diagrammen und NW-Diag zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen. Jedes der Programme muss aber einzeln installiert werden. Installation Auch wenn BlogDiag unter manchen Distributionen über die Paketquellen installierbar ist, unter Ubuntu ist das Paket Python-BlogDiag ab Ubuntu 12.10 verfügbar, so empfiehlt es sich doch der für Python-Programme und Module gängige Weg über die Setup-Tools und easy-install, zumal so immer der aktuellste, die aktuellste, stabile Version auf den Rechner gelangt. Der entsprechende Befehl lautet easy-install, Leerzeichen, BlogDiag, bei fedora su-leerzeichen-c-leerzeichen in Anführungszeichen easy-install, Leerzeichen, BlogDiag. So wird das Programm allerdings ohne PDF-Unterstützung installiert. Sollen die Diagramme auch als PDF ausgegeben werden, dann lautet der Befehl für die Installation su-leerzeichen-c-leerzeichen-easy-install-leerzeichen-blog-diag in eckigen Klammern PDF-Enter- und Passwort eingeben und dann warten bis das Paket installiert ist. Hier ist es schon installiert. Außerdem müssen noch die Pakete WebColors installiert werden und es muss noch das Paket fun-c-parser-lib installiert werden. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.